herzlich willkommen bei meinungsheld bei einem spaziergang mit hund kann es vorkommen dass dieser ein wenig gefaul ist oder aber auch einfach nicht mehr allzu beweglich hier kann dann ein hunde buggy im prinzip eine sehr smarte lösung sein um den hund letztendlich mit sich optimal transportieren zu können ein solcher hunde buggy kommt von der marke paul hat oder paul hut wir möchten einmal über dieses modell in diesem video sprechen die futures noch mal vorstellen und unsere meinung dazu abgeben wenn ihr euch einen solchen artikel zulegen möchtet wir haben wie immer einen preisvergleich für euch durchgeführt und das beste angebot unter diesem video unten in der video beschreibung verlinkt auf jeden fall reinschauen das lohnt sich hier könnt ihr möglicherweise noch den einen oder anderen euro sparen zusätzlich haben wir da noch die wichtigsten informationen zusammenfassend für euch hineingepackt vor dem kauf ist es sicherlich sinnvoll einmal nach bisherigen erfahrungen von nutzern zu schauen beispielsweise in foren shops wie amazon oder ebay und sich dort die kunden meinung anzuschauen wir haben für euch einmal das ganze ausgewertet und sind zu dem ergebnis gekommen dass hier durchschnittlich sagenhafte fünf sterne vergeben werden dementsprechend wirklich ein top produkt für das wir eine empfehlung aussprechen können das modell ist letztendlich sehr sehr gut verarbeitet und bietet eine gute uv strahl schutz wie auch viele kundenbewertungen noch mal das ganze zeigen denn die verarbeitung ist für diesen preis wirklich top das ganze in vier verschiedenen varianten erhältlich gerade auch die tatsache dass durch die reißverschlüsse eben ein einfacher zugang gegeben ist auf zwei wegen erleichtert noch mal die handhabung so liegen auch die griffe sehr gut in der hand an das ganze lässt sich auf die eigene größe anpassen und wie das eben bei einem buggy im prinzip auch bei kindern der fall ist und die reifen liegen auf dem boden sehr gut ankommen auch mit verschiedensten untergründen gut zurecht das modell ist zudem zweifach klappbar dadurch mobil sehr gut einsetzbar und eben lässt sich so einfach in das auto in den kofferraum unterbringen und letztendlich deshalb auch sehr gut für den urlaub geeignet beispielsweise für menschen die dann eben letztendlich tiere nicht so gut tragen können oder generell beim spaziergang mit dem hund ein bisschen probleme haben ist ein solcher buggy auf jeden fall vielseitig einsetzbar eine sehr gute hilfe kann beispielsweise auch beim beim besuch zum tierarzt verwendet werden als ersatz für eine box wenn sich der hund dann letztendlich in einer box nicht so wohl fühlt oder wenn der hund am ende ein bisschen älter ist ein bisschen geschwächt ist und eben sich nicht mehr gut bewegen kann ist ein solcher hunde buggy auf jeden fall eine gute entscheidung das modell von porrhard überzeugt auf ganzer linie mit einer guten preis leistung ist im vergleich eines der günstigsten modelle tatsächlich auf dem markt und dennoch gut verarbeitet ist mit drei rädern ausgestattet und für den täglichen gebrauch letztendlich sehr gut geeignet belastbarkeit hier bis 15 kilogramm wir können also eine empfehlung aussprechen auf jeden fall unter diesem video noch mal in die video beschreibung reinschauen dort haben wir ein das ergebnis unseres preisvergleichs noch mal mit reingepackt den link zum aktuellen angebot solange der noch gültig ist und noch mal die wichtigsten infos zusammengefasst